Der Mord an seinen besten Freund zu rächen wird aus dem Top-Agenten Max Zander, der Clown. Gejagt von der Polizei kämpft er gegen das Verbrechen, unterstützt von seinen Freunden Claudia und Dobbs. Doch der Preis ist zu hoch. Max beschließt die Maske abzulegen. Da treten die Schatten an ihn heran. Eine geheime Organisation, die Max dazu bringt, seine Mission wieder aufzunehmen. Der Kampf geht weiter. Max Zander ist der Clown. Untertitelung des ZDF, 2020